Ja Baby, denn alles was ich mach, das ist für mich und ich hab immer Baby, da sind Frauen um mich herum, aber keine ist wie du Ist das Nikolai? Ach du Scheiße Ein wunderschönen guten Tag, junger Mann Ein wunderschönen guten Tag Wie geht es Ihnen? Gut, und ihr? Ja, soweit auch Ist das hart, Mann? Was geht ab Schabern? Also Hartmann, ich muss ehrlich sagen, ich vermisse deine Cornwalls Warte, wie sieht das aus? Nein, nein, ich muss ziemlich schick machen Der sieht nicht schlimm als Uwe aus, Alter Für wen denn? Für Isabel, weißt du doch Nun, ich wusste gar nicht, dass der liebe Nikolai solch eine hübsche Tochter hat Das Ding ist, ich dachte immer, der sei um ehrlich zu sein homosexuell Ja, und würde höchstens Ich habe das an viele gedacht, ja, ich weiß, ich weiß Manche Zeit lang auch Naja Schabern, hast du den Ausschlag untenrum eigentlich wegbekommen? Hast du mir dann noch Hilfe gefragt? Wegen Ausschlag? Lass mich meine Hose hier nicht ausziehen Ich hätte noch nie einen Ausschlag Oh Gott Schabern, ist Isabel nicht deine Ex? Ach hey, da muss ich dich leider entschauen Nein, Isabel ist nicht meine Ex Ex nenne ich nur Frauen, mit denen ich tatsächlich länger als zwei Monate zusammen war Das heißt, du datest eine, mit der Schabern schon was hatte Wer hat denn so einen Quatsch gehofft, der hat gar nichts mit der gehabt? Okay, wer ist Isabel? Isabel Walker Nun, können wir aufhören, bitte in Hedis Anwesenheit über Isabel zu reden Wer ist Hedis? Nun, ich möchte dich nicht eifersüchtig machen, Schatz Oho, Arslan, meine Bäh Arslan Sabern zum Beispiel hat mir bei Isabel extrem geholfen Richtig Ja, weil er sich schon in- und auswendig kennt Wer bist du überhaupt? Ich, niemand Sabern, ist das hier? Nimm ihn mal an die Leine wieder An die Leine? Okay Wer ist das auch anders? Hartmann, komm, mein Schabert, ich mag, lass dir das noch einmal durchgehen Okay, weißt du, heißt das, ja Okay, lass dir das noch einmal durchgehen Einmal lass dir durch den Spruch Also, ich muss aber eins sagen, dass Cousin ein Hund ist, da hast du schon recht, Hartmann Cam aus heißt gleich, es wird irrenlos Sehr, sehr Jetzt, Achtung Ab jetzt wird es cringe Ey, mein, oh mein Gott Ja, Brain läuft nicht so, ne? Sag mal, was bist du denn eigentlich so frech, Sama? Du, Sama, das ist dein Part, genau, wo du sie jetzt beschützen musst Also, was? Was? Ja Hey, lass sie in Ruhe Oh mein, okay, tut mir leid Nun, Hayley, äh, meine Liebste Das Ding ist, äh, magst du es, wenn man dich mit Schuhen und Taschen beschmeißt? Nein Okay Sollt ihr trotzdem Schuhe oder Taschen kaufen? Äh, mit einem Bock, ich, mit einem Bock, ich, mit einem Bock, ich Möchtest du, möchtest du, dass ich, äh, dir Geld zustecke oder so? Nein Wir können auch gerne sowas wie eine Sugar Daddy Beziehung führen Also, schabern Ja, bitte Passt mal auf Hm Keine Ahnung, was du hier für Frauen kennengelernt hast Ja Ja, aber sie ist eine Aber du bist nicht so eine Aber genau, so eine bin ich, fein Ähm Ne, I don't know, ich, äh, bin nix von dir Charmin ist der mächtigste Mann auf dem Sinne Also, warte, okay, ich möchte doch was von dir Was denn? Du kannst mir eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen Warum? Also, wenn du das jetzt machst Was denn? Das erzähl ich jedem Also, nicht jetzt, sondern irgendwann anders Oh Äh, können wir gerne machen Aber man kann gut lesen Da brauchst du nur bei uns ins Café kommen Das ist überhaupt kein Problem Schwierig, denkst Warte mal eine Sekunde, eine Sekunde, Fukuila Faban Hab ich die nicht letzt... Also, Geld, Jungs Ey, Nadir Was geht? Sabanabi Sabanabi, Diktator, bitte Herr Diktator, ich entschuldige mich Ja, richtig, bitte vergessen Sie mich nicht In Zukunft mit Diktator zurückzutreten Ihr kennt euch noch gar nicht Okay, Herr Diktator, Entschuldigung Ja, lass mal gucken, was die Genjus sagen Die Jungs sagen zu uns Knechte, wie, hä? Was, 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 was? Was bist du hier für einer mit der Mitte? Ich weiß nicht, ich freue mich jetzt Warte mal, wer hat das gerade gesagt? Ich hab eigentlich zu tun Nein, 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 nein Sag mal In 0,0,0 schlag ich dich behindert So wie Manuelsen, ja So wie Manuelsen damals Den, komm mal her, Animus geklatscht hat Klatsch ich dich in 0,7 Sekunden behindert Zick dir die Gitl an Digga, ich bin Schabern Denkst du, du kannst mich mit deiner Langwaffe beeindrucken Hauptsache einen mitgenommen Cousin, heller los sind Heller los sind Cousin, einen mitgenommen hat der Junge Gel, gel, Gümle, gel Gel, gel, Gümle, gel Gel, gel, Gümle, gel Böörme Dom, Dom, kurşun Möelsen, ja Sein Zehensin, ja I'm 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 Untertitelung des ZDF, 2020